Der nächste Bait ist da. Zwei Bait sind da. Okay, okay. Die Nummer 42 werden wir sechs Herausforderungen für Woche 3 freischalten. Die kommen in anderthalb Stunden. Und die Nummer 16 zu finden in einem Wüstenhaus mit zu vielen Stühlen. So, das Haus mit den vielen Stühlen befindet sich hier bei Jerusalem. Direkt vor uns. Ich zeige es auf der Karte. Hier. Ich hoffe, ich schaffe es und werde nicht gekillt. Ich kann ihn da einsammeln. Aber man sieht es hier schon. Also das sind definitiv zu viele Stühle, würde ich sagen. Und hier ist das Ganze. Ich lasse ihn auch leben. Ey! Du kleiner Arsch! Okay. Hier, in dem Haus. Ich lasse ihn dann einsammeln. Ich gehe weg. Ich spring runter. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Fuck, wäre ich da gestorben, ne?